Hallo liebe Zombies und liebe Zuschauer, haltet euch fest, die Hündsturz-Crew ist wieder am Start mit dem Woda. Hallöchen. Ich bin ja Fleischbeicher. Es geht schon wieder los. Es geht wieder los. Scheiße, ich kann nur Kopfschütteln. Nur den Kopfschütteln. Was denn? Lass mich doch auch mal so eine blöde Ansage machen. Und natürlich der Knallerknallhart. Knallerknallhart. Okay, jetzt ist es vorbei. Guten Tag. Hi. Oh Mann. War das jetzt zu viel Alkohol? Nee. Nee, nee. War gut, war super. Lass laufen, lass laufen. Ihr habt gesagt, wir machen immer Erfolg. Wir kommen hier runter. Wir bleiben einfach ruhig, diese Folge. Ihr Lieben, neue Aufnahmesession, neue Aufnahmetools, wie ihr seht. Ich bin rund. Also rund. Rund. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, ich muss gehen, tut mir leid. Wo sind Zombies, wenn man sie braucht? Hallo. Wir waren langes Haus. Wo bist du denn hin? Hier. Richtung Norden. Ist das zu Haus bei der Kopfe? Norden? Norden, da. Ja, ich habe erhofft, das ist so ein Bunker. Komm, wir laufen mal zum Fleisch. Ja, wir sind ein bisschen planlos, was wir in dieser Folge gemacht haben, weil wir gar nicht mehr wissen, weil wir haben so knapp aufgenommen. Die Zeit ist ja die Folge ausgefallen. Diese Folge heute am Donnerstag. Was ist denn das für eine lange Hütte? Ja, krieg so auch noch nicht. Ich habe erhofft, das ist ein Bunker, aber ist das nicht. Wo dann, Schatzi? Packern euch bei euch die Schatten auch so ein bisschen hier im Hintergrund? Ja. Ich hätte da ein Bunker für dich, den kannst du auseinandernehmen, dann kriegst du eine Handelbar. Das durch diese reflechtige Shadows. Cool. Ich habe doch hier... Ach stimmt, wir wollten ja uns ja langfristig endlich mal... Weißt du? Was brauchen wir denn noch für ein Moppet? Können wir das nochmal klären? Nur die Handelbars. Nur die Handelbars? Ja. Ja, wenn sie den Bohrer auseinandernehmen kann? Ja. Er nimmt den Bohrer auseinander, aber wenn ich den Bohrer auseinandernehme, was denn? Können wir das alles nochmal checken, weil ich glaube nämlich die Handelbars kannst du auch... Nein. Rodan hat es gecheckt, Rodan hat es recherchiert. Lass Rodan erzählen. Und zwar habe ich einen Kreativmodus nach dieser Folge nochmal geguckt und muss definitiv diese Handlenker finden und oben reinsetzen und dann kannst du die Kabel und das Licht dran montieren und dann hast du ja erstmal dieses... Ja. Ich war der Meinung, dass man Handelbars, also diese normalen, auch ohne... Ne, das kann ich dann nicht. Also dass es da ein Einzeldinges gibt. Ne, ne, das habe ich extra geguckt, das kann ich noch nicht. Was du alles so meinst. Äh, kannst du das vielleicht, Minias? Was kann ich? Handelbar? Ja, gib mal einen. Vielleicht hast du das mal gelernt. Ne, Handle, würde wie Hand geschrieben, oder? Ja, genau. Ich kann's auch nicht. Kleber. Gut, das war das. Aber wenn wir eine Handelbar haben, dann haben wir doch einen. Ich würde meinen heiß geliebten Bohrer opfern. Jetzt ist die Frau schon wieder leiser geworden, oder? Ja, sie guckt wieder auf ihren Monitor. Oder guckt irgendwas nach, ja, das kann sein. Was denn, natürlich gucke ich auf den Monitor, da meintest du, ich gucke die Wand an. Wieso guckst du denn auf den Monitor? Wieso guckst du denn auf den Monitor? Das weiß ich auch nicht, das frage ich mir auch die ganze Zeit, warum ich auf den Monitor gucke. Ich mache das ja alles blind. Ja. Weil sie ohne Monitor. Ist mir klar. Achso, ich dachte spielen. Oh mein Gott, ich bin voll gemüt. Ja. Ja auch. Komm, lass es mal zurücklaufen, lass es mal zurücklaufen, komm. Lass es mal gemeinsam wieder Richtung Heimat, weil es ist eventuell, wenn wir es rumfallen. Hörig, verdammt. Ich weiß gar nicht, wo wir waren, gell. Wir sind schon so in Alpha 13 Stimmung. Ja. Irgendwie schon, ne? So, irgendwie so, what shall we do now? Bist du tranken, Alpha 12? Bist du tranken, Alpha 12, ja. Bist du tranken, Serendipity? Bist du tranken, Serendipity? Nein, das ist wirklich so. Ich trinke kaum Alkohol. Das kann ich bestätigen. Hätte ich einen Führerschein, ich könnte den Herrn Minjas immer nach Hause fahren nach jeder Party. Aber schade, dass ich keinen rauche. Aber Minjas trinkt und fährt dann nach Hause und das ist alles gefährlich und macht das nicht nachgehender. Das stimmt nicht. Das darfst du nicht so laut sagen wie jetzt. Oh, blaue Bauteile für eine Waffe. Great Hunting Rifle Parts und Pistol Barrel. Aber da ich keinen Führerschein habe, kann ich den Herrn Minjas auch nicht nach Hause fahren. Das heißt, er kann auch nichts machen. Ja, kann ja Herrn Minjas ja endlich mal auch mal selber weit machen. Das ist gut, wa? Minjas, du hast doch die abgesägte Schroffnette, ne? Ja. Ich habe da was Blaues. Ach, das ist Shake. Was willst du denn von mir? Die anderen beiden da oben. Ich muss unbedingt was trinken, fällt mir gerade mal auf. Ja, ich habe hier einen... Drink. Einen Drink. Jetzt decken die Gläser nicht mehr, leck mich doch am Arsch. Äh, Bandage. Mann, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Das ist ja was ganz Neues. Alter. So eine Misstrotze. Wie ist das denn? Entschuldigung, tut mir leid. Tut mir leid. Da kommt ne... Was ist denn mit? Ne Hornisse. Ich hatte das, tut mir wirklich leid. Welche Farben sind gut, welche sind die besten? Ich habe Lela, wurde gut klappt. Blau. Blau ist super. Ich habe es jetzt ausnahmsweise mal nicht auf. Lela ist gut. Lela ist gut. Ohne Scheiß jetzt, ja. Blau, grün, ohne Scheiß. Lela ist das Beste, wo es gibt. Wo gibt. Wo gibt, ja. Genau. Ever, ever, and ever. Ja, genau. Ever und tausendmal besser als alles andere. So, jetzt habe ich es leer. Willst du mal gucken, ob du den Stock hier verbessern kannst? Den Stock, wo hast du jetzt hingelegt? Hier. Guck mal, ob du den brauchst. Den kann ich nicht aufnehmen. Weil ich Sachen machen muss. Was war das? Wood Depress. Der kann den Stock zerschießen. Nein, ich muss mich doch konzentrieren. Das ist alles neu für mich. Ich nehme mit der neuen Software auf. Die Stadt ist ausgerottet. Mit was für einer neuen Software nimmst du denn auf? Mit OBS Multiplattform. Oh mein Gott. Siehst du, das wolltest du mir auch mal zeigen, aber da hast du einfach keine Zeit mehr für mich. Nur noch wo dann. Oh, blau. Übrigens, ihr Lieben, ihr dürft euch freuen. Ich habe schon einen blauen Stock drin. Wir hauen unter jedes Video, nein, nur unter mein Video und unter Jackys Video, hauen wir den Link von Wodans Kanal. Den dürft ihr abonnieren. Genau. Der kommt der Alpha 13, wird der liebe Woda, oh mein Gott, wir nageln ihn gerade ganz schön fest, jetzt fängt er an zu schwitzen, mit aufzunehmen. Also, boah, ist die Maus schon weg. Ja, genau. Er wird dann zukünftig, könnt ihr dann auch aus seiner Sicht die Videos sehen. Er wird nämlich aufnehmen, yay. Richtig, und in meinem nächsten Stream wird er mit streamen. Was? Das wusste ich gar nicht. Hat er gesagt. Ja, jetzt läuft jetzt mein Haar so. Wodan, das ist wie mit mir. Komm, Wodan, wir gehen zurück. Ich brauche nicht, ist doch Quatsch. Zack, 800 Videos. Ja, ja, ihr müsst mal schön ein Abo da lassen. Also, guckt mal in die Videobeschreibung, da sind ja sowieso alle Kanäle aufgelistet und da wird auch ein Link zu Wodans Kanal sein, ab dieser Folge, also ab morgen. Also, für uns ab morgen, für euch ab heute. Genau. Und dann lasst ihr mal schön ein Abo da, ja? Und dann machen wir Wodan einen schicken, feinen Kanal. Richtig. Richtig. Wie heißt eigentlich dein Kanal überlassen? Lass mal deinen alten Kanal. Also, ich bin ja wirklich für Gordon Wodan. Heißt er aber schon, oder? Ja, so heißt er ja. So heißt er. So heißt er. So heißt er. So heißt er, Kanal, meine ich. Oder heißt er nicht Wodan Gordon? Wobei dann. Oder Wodan stinkt. Ey, das war jetzt fies. Okay, Entschuldigung. Das war gemein. Wodan wäschte ich nicht. Du, Assi. Das wird mal besser. Wodan braucht eine Dusche. Komm mit denen jetzt auf das Thema, verdammt. Ihr seid total gemein. Wodan ist jetzt schon wieder intonciert. Wir sollen ihn nicht. Wie hieß das Wort nochmal? Was sollen wir nicht mehr machen? Entpersonalisieren. Entpersonalisieren, ja. Können wir uns nach Hause. Das kann man in den Kommentaren. Entpersonalisiert man den Wodan nicht. Das ist nämlich dein eigenes Individuum. Wodan. Komm mit. Wodan. Was soll ich denn looten? So, bauen wir noch Sand? Ach ja. Genus. So, habe ich jetzt genug Werbung für Wodan gemacht? Ja, ja, reicht jetzt. Werbung für Wodan. So heißt doch die Folge. Die Folge heißt bei uns allen gleich Werbung für Wodan. Oder Wodan-Werbung. Dauer-Werbesendung Wodan. Einen Wodan zum Preis von drei. Der neue Wodan-Trail. Was machst du? Hier ist ein fetter. Ein fetter, ah. Kommt ihr klar? Habt ihr den Ordner da? Nein. Wir arbeiten trotzdem. Das günstigere Produkt ist umsonst, ne? Genau. Ich habe gar keinen Bogen mehr. Oder bei sich? Doch, hier. Also, schon wieder an einem Stachel geschnitten hier. Hast du einen Crossbow? Ja. Ich habe einen Crossbow. Ich habe nur... Den müssen wir auch neuen machen. Ich habe einen orangen Crossbow. Der müsste wahrscheinlich wesentlich besser gehen. Das habe ich mit Level 21. Da muss doch ein besserer Crossbow gehen. Soll ich mal schneller machen? Habe ich aber auch keinen Platz für in die Taschen. Sag mal, das Old Cham Sandwich brauchen wir für nichts, oder? Könnt ihr aber auch mal. Ja, bitte nicht. Also, Minja, das manchmal ist das Gefühl. Das Spiel zum ersten Mal. Nein, das Old Cham doch brauchen wir doch für nichts. Das Ganze nur mal essen davon. Dieses Grüne kannst du wegschmeißen. Ja, genau. Immer noch. Kann man das nicht verbrennen? Doch, aber das stimmt halt. Hast du einen Crossbow? Das stimmt halt. Und du mein Freund? Du kannst es dir auch an die Wand machen. Das ist wieder toll, die Chaos-Folge. Völlig unproduktiv. Die Zuschauer deabonnieren. Also, ich bin produktiv. Ich schläge gerade ein Feld an. Ich weiß gar nicht, was ihr alles habt. Also. Ach, und Wodan hat noch was. Wodan, hier ist ein Rezept drin für einen Clawhammer. Hast du den schon? Nee, ich habe den First Aid Gematics gelernt. Okay. Läuft. Aber den kann ich doch schon. Aber ich scrappen. Scrubs. Ja, Scrubs. Mach Papier draus. Jemand anders aus dem Team kannst du ja bestimmt noch nicht. Was denn? Ja, genau. Hey, wir brauchen Kohle. Minias, hier. Kohle, Kohle, Kohle. Ja. Kohle am Start. Wo ist meine Pickaxe? Die habe ich gerade hier reinsortiert. Die grüne Pickaxe. Die ist geil. Ich habe eine gelbe von dir bekommen. Steel Axe. Ach so, hat dir Jack noch keine gemacht? Doch klar, die habe ich doch. Nein, da hat er mir die gelbe gemacht, glaube ich. Ja. Dann, ich habe auch eine gelbe, ja. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Die brauchen wir für Munition, wa? Ja, auch für Gunpowder und so. Ja, wir haben in der Höhe noch ein bisschen was gesorgt. Ich habe jetzt fünf Lump of Kohls, also. Wahnsinn. Wow, läuft bei dir? Ja, läuft bei mir. Kannst du was mitreißen? Willst du den nicht, oder? Ja. Minias, es hat so viel Kohle. Gott, Schott. Na, ich schnelle da Wodan, hast du gesehen? Ja. Einmal mit Profis. Da war die Keule langsamer. Werbung für Wodan, WW. Wodan-Werbung. Erhalten sie jetzt einen halben Rettepop dazu. Weltweit. Beim Halben bin ich. Oh, das muss ich ja erzählen. Es gibt echt... Oh je. Der Schulladen beim Deichmann. Genau, wart ihr eigentlich dabei mit der Klobürste? Ach, die Klobürste, Bob. Bob die Klobürste. Ich erzähl. Es gibt bei Ebay... War das Ebay? Oder Amazon? Ich weiß nicht genau, ja. Gibt's Bob die Klobürste für 30 Euro. Oh, das ist fies. Echt? Ja, wie geil, ja. Das ist doch schön. Können wir nochmal einen Screenshot machen von? Würde ich gerne in seinen Kanal drücken. Oh Mann. Wir kommen auch langsam nach Hause. Jack, bist du auch schon auf dem Weg nach Heim? Ja, ich hab mich in der großen Stadt. Also ich mach halt gerade einen Ausflug. Ich weiß nicht, was ihr macht. Wo bist du? In der großen Stadt? Ja. 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 Der müsste jetzt mal umschalten. Vor allem auf dem Kanal von... Ne? Der Hirsch... Der Hirsch macht sich gerade selber kaputt. Von der Hirschcrew? In der Hirschcrew. Die Hirschcrew. Guck mal, das ist mein Kumpel. Der geht auch an Kakteen kaputt. Soll ich nur das Leder nehmen oder auch? Ja. Was ist denn das für ein Blitzen hier? Ja. Das Leder wird auch nur reingehen. Okay. Blitzt. Oh oh, ich hab nicht links klick gemacht. Oh oh. Was? Das ist im Inventar. Weißt du, schneller. Ach so. Ach. Du spielst doch mit mir. Du bist mit mir gerade unterwegs. Das färbt ab. Das färbt ab und das fällt dann auch gar nicht auf. Bei dem verpeilten Kram kann man das grüne Sandwich wegwerfen. Minja. Da ist eine Meuterei aus der eigenen Crew. Naja. Ja, ist doch wahr. Hallo, wie viele Jahre spielst du das Spiel schon? Wie viele Staffeln hast du schon gespielt? Ja, jetzt kommt auch langsam raus, dass ich die Zuschauer mit solchen Sprüchen zu Kommentaren animiere. Jetzt voll im Ernst. Ich glaube, er spielt gar nicht. Er hat so ein Skript am Laufen. Ja, ich kommentiere nur. Er sitzt einfach so. Guck mal ohne Hände. Und dann redet er mal zu den Zehen. Oder Spracheingabe, wie der Kommentator hier auf meinem YouTube-Kanal. Weißt du da, hier der Anna. Egal, dafür habe ich auch was. Den würde den Namen jetzt nicht sagen. Der macht mit Spracheangabe. Sieht ja so aus. Ah. Sieht aus wie so eine... Auflauf, auflauf. Wie so eine fehlgeleitete... Na nu. Beruhig dich mal wieder. Mach mal eine Kurve. Oh man, da ist die große Stadt. Und Jackie ist bestimmt auch da und hat schon Sachen gemacht. Wie sind wir an? Zwölf Minuten. Zwölf Minuten voller Stummisinn. Willst du wieder auflegen oder was? Ne, ich will nicht auflegen. Also die Fühle hatte ich jetzt gerade. Oh, ich klicke auf. Soll man Zuschauer erklären, wo das Auflegen herkommt? Ne. So. Das können die als Frage drunter schreiben. Wo kommt das Auflegen her? Was macht ihr denn da? Was? Wer brennt die denn? Wer brennt? Wer brennt? Hier so eine Zombie-Dame. Brandte sich. Hinter den Herzen. Sie hat sich wahrscheinlich mit so einem... Oh, pass auf. ... mit so einem brennenden Typen gepaart. Spucker. Zombie-Paarung. Warte, lass ihn rennen. Lass ihn rennen. Lass ihn rennen. Lass ihn explodieren. Oh. Ein Hund. Hund. Schrotzer am Start. Nachladen. Wo ist der Hund? Hund, 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 Hund. Dahinter war er. Hinter dem abgerissenen Gebäude. Wir brauchen eh noch einen Muni. So. Der wird 27. Läuft. Läuft bei dem. Was soll ich los? 27. Oh, eine lila Pistole. Eine Flawless-Pistole. Ich muss Sachen wegmachen. Ich muss... Was höre ich weg? Gläser. Ich habe eine Blauschak an mir. In den Hinterkopf geschossen und sofort tot. Das ist ja toll. Kommt ihr noch mal? Ich habe Einzelbeschaltungen. Was machst du? Ich habe ein Bier für dich. Ich habe eine blaue Schrotflinte für dich. Eine richtige. Eine echte. Ich sollte einen Muni sparen. Eine blaue Schrotflinte. Ich habe doch eine blaue. Ich habe eine blaue. Nein, die ist besser. Schau mal auf. Das ist eine lange. Warte. Dann entlade ich kurz. Hä? Sind alle hier? Sammelt euch. Ah. Wo sind die? Wo sind die? Ach da. Kampfdrohnen starten. Und die andere liegen lassen, oder was? Ja, hast du die Munition rausgenommen? Ja, aber ich habe sie erst auseinandergenommen und dann, ja. Mit der vollen Tesch bin ich drin. Und liegen lassen. Die blaue schliegen lassen. Echt? Ja. Bitteschön. Danke. Ach, eine echte. Ne, nicht. Don't. Und Patty Pludge hat die. Keine? Patty Pludge hier eine Shotgun. Brauche ich nicht. Ich habe meine Schole. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir haben eine Vorder aktiviert. 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 Da, aus, heep. Oh mein Gott. Ah, geil. Ich will töten. Jetzt weiß ich, was Jack so viel Spaß macht dabei. Ja. Ah, jetzt. Ich glaube, wir brauchen mehr Munition. Jetzt wird ein Check-in personalisiert. Wir brauchen mehr. Schaut was. Okay, ich habe es gehört. Eine Uzi. Ich bin schon wieder leer. Was machen wir jetzt? Zen-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti. Ja. Welche Farbe hat deine Pistole? Brün. Ich habe eine lila, ne? Das ist mein Spiel. Ja, warte. Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade in Konzentration. Oh mein. Ich habe gerade voll daneben gehauen. Öl. Hier ist Öl. Ich kann es nicht aufnehmen, weil mein scheiß Inventar voll ist. Guck mal, wir noch mal rennen, ob sich in der Olden hat. Irgendwas ist, was du wegschmeißen kannst. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Hier ist es weg. Wow, Spucker. Jetzt wechseln. Shotgun. Schießen. Wow. Tot. Tot. Looten. Okay. Hast du das Öl genommen oder muss ich es? Wo? Wo? Ist das Öl hier bei der Tussi? Nee, ist schon weg. Ist schon weg. Hab ich. Hab ich. Oh Gott, ist das aufregend. Das ist so aufregend. Ich bin bei Wellness 80. Junge, läuft bei mir. Ja, schrei nicht so laut. Da kommen wieder drei Hunde oder so. Ähm. Fühlt sich schon im Rücken. Du wolltest mir die Pistole geben, ne? Ja, hier. Warte, 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 warte. Nein, einen Moment. Liegt. Da schwebt sie. Hast du gelitten? Ich hab doch keinen Platz. Ich hab sie. Ich hab sie. Hast du gelitten? Werf mir was hin. Werf mir Eier hin. Werf mir Gläser hin. Hast du neun Gläser? Ja, krieg ich nicht alle, aber komm her. Hier, ich leg sie hier hin. Soll ich sie erst reparieren? Nee. Bis sie trifft? Kranker Scheiß. Hier, liegt am Boden. Jetzt hab ich zwar meine ganzen Weapon-Repair-Kids weggehauen, aber für dich tu ich das gerne. Wo sind... Okay. Danke. Entladen. Also auseinandernehmen und dann... Oder andeuten. Die grüne kann ich auseinandernehmen, ja. War alles im Griff. Unterhaltet euch weiter. Ihr kommt doch klar, ne? Ihr braucht nicht mal eine... Ich kann doch jemand Federn nehmen und Bretter. Ja, gib her. Und Bretter. Bretter, ähm... Federn. Okay, tut mir leid. Ich hab hier nämlich blaue, blaue Teile rausgekriegt. Tut mir leid. Aber die Pistole, nein, du hättest sie nicht auseinandernehmen müssen. Das war... Äh, zu spät. Blaue, blaue und grüne Teile hab ich jetzt gespreppt. Ähm, wo dann? Kommen wir mal zu Jack. Der macht Sachen. Ja. Ich hab bestimmt noch viel Kram im Inventar. Aber ihr Zuschauer werden mich ja mit freundlicher Art und Weise... Oh Minas! ...aufmerksam machen, dass ich noch was im Inventar hatte. Oh, ich bin ein Ge-Bio-Hazard. Wartet, aber gleich nicht mehr. Hast du eine? Ja. Hat einer von euch noch was Normales zu trinken? Ich hab nur Alkohol und Bier. Ich hab nur was... Boah, im Tausch mit Alkohol normal. Und Bier? Äh, krank. Ja. Nimm. Danke, Onkel. Bitte. Wo ist denn schrotzen, Ali? Ali, schrotz? Ali ist schrotze. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, der Wack. Die Stadt ist eine fiese Nummer, gell? Von den Frames her. Geht eigentlich mehr. Oh, handelbar Schematics, meine Damen und Herren. Damit können wir uns Bikes bauen. Ach was? Jetzt hat es gelernt? Oh, mach, mach Bikes. Wie mir gemerkt. Wir haben von dir drüber geredet. Ja. Ich hab die Schematics grad gelernt. Schön. Wo bist du denn? Ja, guck doch auf die Karte. Ganz in deiner Nähe, schätze ich. Das könnte gut sein. Odan, wir treffen uns zu Hause. Nächste Folge. Bikes bauen. Wie schaffen wir das? Wie du stirbst. Baust du grad einen Safe auf? Mach alles. Nein, nicht durch die Stadt mit der Schrotze. Ich wollte immer mal sinnlose Dinge tun. Ja, der Ton ist es 19 Uhr. Willkommen in meiner Welt. Ja. Wollen wir heimlaufen? Ich hätte Bier für jemanden, der nicht rennen kann. Ich hab schon Alkohol. Bier oder Alkohol. Dann liebt ihr erst was zum Sprinten. Gehen. Das brauchen wir nicht. Helfen wir mir mal kurz aufzumachen. Warte. Ach, ins Buch hast du schon geguckt. Nein. Ich hab gar keine... Doch, hab ich. Ach, scheiße. Ich hab's gleich. Ich brenne. Ich wollte die Spitzhacke tauschen. Läuft. Hast du noch Platz eigentlich? Ähm, nö. Was ist denn da drin? Ja, der ist in Richtung Heimat. Einen hätte ich frei. Wer stirbt denn hier? Hallo? Das kann man. Das war mir. Er brannte. Ich brannte für den Erfolg. Ich brauch ein Weapon Repair jetzt. Ich hab nicht... Ich hab jetzt mein Weapon Repair jetzt für die Frau. Da geht's echt schnell runter. Können wir jetzt Richtung Heimat? Ja, bitte. Hund. Freihund. Doppelhund. Doppelhund wo? Bei mir sind... Seid ihr schon Richtung Heimat? Oh, bei mir hängt sie gerade. Nein. Gut, schön, danke. Wir sind bei 20 Minuten. Gehen wir jetzt eigentlich... Ja, ihr Lieben. Ihr habt's gehört. Der Alte macht Stress. Nein, ich mach nicht Stress. Nein, wir machen doch nicht Schluss. Es bleibt doch grad so spannend. Was denn? Das ist spannend. Ja, es ist spannend. Es bleibt spannend. Wir sehen uns in der Mix-Folge. Lern wir nach Hause kommen. Ja, richtig. Genau. Wir treffen uns. Wir treffen uns zu Hause. Wir machen ein Biker-Bild auf. Wo dann? Kennst du das? Was? Geh mal. Ein Biker-Bild auf. Ach so, ja. Stimmt. Los, komm. Ich bin Jesse James. Okay, du bist Jesse James. Okay. Ich trinke jetzt... Hast du was zum Rennen, eine gute Frau? Nee. Dann komm her. Noch Alkohol. Ich hab vorhin aus Versehen drei Bier getrunken. Hab ich schon. Aus Versehen. Aus Versehen drei Bier. Ich bin ein Kind in ein Bierfatz gefallen. Wir sind auf dem Weg nach Hause. 1928. Frau, bitte. Ja, danke. Ich hab schon abmoderiert. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr Lieben, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Daumen nach oben und Abo bei Jack und mir dalassen. Und bitte... In den Kommentar gucken. Äh, in die Beschreibung gucken. Und? Und? Bitte in die Beschreibung gucken. Da verlinken wir Wodans neuen Kanal. Genau. Okay. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wodans neue Kanal. Den verlinken wir unten. Und, ähm, ja. Lasst ein Abo da. Genau. Dann. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.